Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu unserer Bastelstunde. Heute basteln wir eine kleine Trommel. Wir brauchen dazu ein Stück Pappe und zwar ein Stück Wellpappe, alles Kleber, eine Schere, buntes Klebeband oder Tesafilm, einen Holzspieß, einen Stift, ein kurzes Stück Schnur, ein Glas und zwei Holzperlen. Als erstes stellen wir das Glas auf den Kopf auf die Wellpappe und zeichnen eine Linie herum. Dann schneidet ihr entlang der Linie einen Kreis aus der Pappe. Von diesen Kreisen brauchen wir zwei Stück. Ich habe die hier schon mal vorbereitet. Ich benutze nun das Klebeband, um die Außenseite der Trommel zu verzieren. Ihr könnt natürlich auch die Außenseiten mit Wasserfarben oder einem Filzstift verzieren. Schirmöhnung. ualsenseiteer. in der Szene geflogen Wachstummen und dem ZDF-Kreisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in der Szene lesgeflogen Wachstummen. Auch die 혼자 reinigen, um die Außenseite der Reihelung. Die Außenseite der Reihelung des ZDF-Kreisen. Jetzt ist das Gerät und des ZDF für funk, 2017 und da ganz viele incarne, effortlich und Action und die Auflöcke aus dem Aufslagung des ZDF für funk. Nun nehmen wir den Holzspieß und stecken ihn vorsichtig durch die Wellpappe. Im nächsten Schritt fädeln wir die Holzperlen auf die Schnur auf und verknoten sie jeweils an den Enden. Nehmt nun den Kleber zur Hand und tragt ihn großflächig auf die Pappe auf. Reißt oder schneidet euch jetzt kurze Stücken aus dem Klebeband. Nehmt nun den Faden mit den Perlen und klebt ihn mittig auf die Pappe. Jetzt könnt ihr den zweiten Pappkreis hinzunehmen und ihn fest auf den ersten kleben. Die Schnur mit den Perlen befindet sich nun dazwischen. Mit den kurzen Klebestreifen fixiere ich zusätzlich beide Pappkreise. Jetzt solltet ihr den Kleber noch ein wenig trocknen lassen und dann kann es losgehen. Viel Spaß mit eurer neuen, kleinen, selbstgebastelten Trommel. Desenkenometrieроbetz. ër de Ain